Moin, ich bin Jan und ich habe bei Prince Charming mitgemacht und kann euch deswegen zeigen, mit welchen fünf Dingen ihr Reality TV überleben könnt. Ich muss sagen, die Entscheidung zu Prince Charming zu gehen, war eigentlich gar nicht so richtig meine. Das waren eher meine Freunde, die mich dann dazu gedrängt haben und meinten so, hey Jan, da machst du mit. Ich habe schon alle Fotos, Fragebogen konnte ich ausfüllen. Ich brauche nur noch das Bewerbungsvideo, dann schicken wir das ab, habe es dann doch gemacht und habe mich nachträglich so drüber gefreut. Man muss glaube ich einfach aus seiner Komfortzone rausgepusht werden, um irgendwie wachsen zu können. Womit fange ich jetzt an? Moment, ich hätte mir vorhin ein Manuskript schreiben sollen. Als erste essentielle Sache benötigt ihr einen großen Hang zur Selbstdarstellung. So ein kleiner Narzissmus ist nie verkehrt, wenn man 24-7 von Kameras überwacht wird. Sonnenschutz. Gerade die meisten Reality-Formate werden in der Sonne gedreht. Passt auf euch auf, schützt euch. So ein Sonnenbrand sieht nie gut aus. Es ist halt, ihr bringt es halt nichts, die Sendung zu gewinnen, wenn du danach erst mal Hautkrebs hast. Also creme dich ein. Okay, gut. Womit fangen wir jetzt an beim Drama? Drama, Drama, Drama. Ich empfehle natürlich das Klassische, aber auch weg davon, Theatralik immer gut. Gefühle müssen echt sein. Da darfst du nicht spielen. Da musst du dich wirklich drauf einlassen. Das erinnern wir uns an den Manfred-Skandal damals. Max und Jan kuscheln. Manfred erzählt das natürlich dem Prinzen. Also ein Skandal. Spill the tea, honey. Und später vor allem mein Abgang. Wir erinnern uns, wenn der Prinz dir die Krawatte geben möchte und du sie einfach nicht behalten kannst. Obwohl jede Träne echt war. Trinkfestigkeit. Ich bin ja komplett unvorbereitet da rein. Also meine Leber super klein, nie Aspirin genommen. Und dann war es zwei Wochen lang Festival. Also auf jeden Fall trainieren. Kann ich nur empfehlen. Man sieht das auch am Ende des Tages. Nehmt ihr noch diese eine Szene? Hier, Meme. Ich war super fertig. Also ich meine, stell dir vor, du trinkst die ganze Nacht, trinkst du mit den Jungs und hast eine gute Zeit und morgens um sechs musst du aufstehen, weil du plötzlich zum Card-Date musst. Ich bin übrigens langsam warm. Also in einer Stunde, dann kommen die guten Aufnahmen. Von mir definitiv unterschätzt, die Outfit-Wahl. Achtet drauf, was ihr anzieht, gerade wenn wir uns einen Robin angucken, einen Thomas angucken. Da wurde abgeliefert von Tag zu Tag. Packt euren Koffer gut und vor allem einen geilen Scheiß ein. Ich muss sagen, wir sind so eine super liebe Community gewesen und wir haben uns immer unterstützt. Ich weiß noch, ich habe einen Rock getragen an einem Tag und dachte, oh Gott, kann ich das überhaupt hier tragen? So wie sieht das aus? Macht man das? Und es kamen sofort fünf Jungs auf mich zu und meinten, geil, dass du einen Rock trägst. Schönes Statement. Ich habe auch einen Rock dabei, den ziehe ich jetzt auch an. Also gerade da, Reality-TV kann judgen, kann aber auch so viel Liebe bringen. Alles in allem kann ich sowas nur empfehlen. Ich persönlich bin bei Prince Charming so gewachsen, habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Da brauchst du auch gar keinen Prinzen mehr am Ende. Und da wurde angefangen. Donne implied magician Tag und väkein gehen … Bis zum nächsten Mal. Und das Ganze bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.